Guten Tag, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Ja, dann machen wir doch lieber Found Footage raus, ne? Also herzlich willkommen bei Found Footage Nummer irgendwas. Keine Ahnung. Ihr werdet das schon wissen, weil ihr wisst es ja eh immer besser als euer Minister. Und deswegen mag ich euch auch so gerne meine Zuschauer zu Hause an den Empfangsgeräten. Tschüss. Schauplatzwechsel. Habe ich hier ein 3 Millionen Kilo Spielzeug, habe ich hier auf dem Scheiß drücken, muss ich hier die Kacke tragen. Er ist schon sehr komisch in seiner Verzweiflung. Ich habe hier eigentlich alles gegeben, was auch für dich war. Ich habe ja auch Geschenke für dich bekommen, oder? Ja, hier so Comics. Einen Karnickelfangschlag habe ich für dich bekommen. Comics hast du gekriegt auch. Ja, das stimmt aber gar nicht. Wie ist denn euer Resümee zu dem Tag? Bleibt mal stehen, sonst laufe ich gleich irgendwo vor. So, da kommt ein Fahrrad, fährt der jetzt den Arsch ab. Ist mir doch egal. Soll er doch. Soll er doch. Das passt, oder? Unser Resümee. So, euer Resümee. Daumen hoch. Du sagst Daumen hoch, ok? Ja, ich sag zwei Daumen hoch. Fick dich, Arschloch. Das ist ein Insider, das könnt ihr jetzt nicht mehr checken. Ja. Nein, ich fand's toll, ich fand's toll und gerne morgen wieder. Ja. Bis übermorgen. Ja, tschüss, tschüss. Das ist schön. Da ist ja nur ein Leck, das. Oh. Ja, eigentlich passiert das schon nach... Ja, dann steckst das doch jetzt oben auf und schütt die Kacke aus. Ja, so, mach das. Schade. Hallo meine Fotzibärchen und... Jawoll. Pingelingeling erstmal. Heute ist euer lieber Gorminister mal im Wald und hat Gummistiefel an und sowas. Und was machen wir? Genau, wir machen das, was wir in der Kindheit immer gemacht haben. Wir bauen hier einen Staudamm. Ich hab mir schon eine schöne Stelle ausgesucht und mein Compagnon hinter der Kamera hilft mir auch mit meiner ganzen Operation und mit unserer ganzen Operation. Die Männer trinken jetzt Bier und bauen einen Staudamm. Huha! So, für den Staudamm brauchen wir natürlich auch Holz, Holz, Holz und noch mehr Holz. Am besten auch Steine und Schlamm. Da muss alles hier gesammelt werden. Ihr seht ja jetzt gerade, der Stapel wird größer und größer und größer. Und dann geht es auch mal los mit dem Bauen. Ihr kennt das ja. Es ist wieder ein Experiment, was ich durchführe. Wahrscheinlich wieder eins, was in die Hose geht. Aber ich dachte mir, machen wir das heute mal, ne? Später. Heieieiei, das ist aber auch eine schwierige Arbeit, ne? Da muss man erst mal pingelingeling machen. Ja. Ihr seht, das Fundament steht dank meines fleißigen Helfers. Der hat den dicken, richtig dicken Stein dahin gestellt. Macht das jetzt schon ein bisschen Sinn, aber da muss er natürlich noch gefüllt werden, ne? Wir wollen ja morgen hier irgendwie baden oder zumindest für eine Flutkatastrophe sorgen, biblischen Ausmaßes, ne? Also weiter geht's hier, pingelingeling. Für Verwicklungen ist damit natürlich reichlich gesorgt. Ja, hier seht ihr ja das Werk, ne? Ist aber ganz wichtig. Muss abkühlen auch bei dem Wetter hier, pingelingeling. Und ihr habt euch schon was vorbereitet. Da sehen wir so ein bisschen Schlamm drin, ne? Weil dieser Schlamm, den wir hier haben, das ist ein super Zement, um die Fugen dazu zu machen, ne? Da muss man auch mal ein bisschen schippen und kellen und dann macht man die Fugen dazu, damit das schön dicht wird, ne? So. Das dauert noch eine ganze Weile, bis die Scheiße hier weg ist, ne? Wie lange das dauert, keine Ahnung. Aber nimmt schon ein bisschen Formen an, ne? Also bis dann. Später. Jungs und Mädels, Freunde der Braukunst. Es geht hier auf den Bau auch immer nicht ohne saufen, ne? Pingelingeling. Kennt ihr vielleicht, ne? Bauarbeiter, da muss man auch ein bisschen saufen, so. Ähm. Wir haben uns aber auch eine Scheißstelle ausgesucht. Da ist das Wasser richtig reißend. Aber es ist schon, es sieht schon so ein bisschen biebermäßig aus, ne? Das kann man ja gar nicht anders sagen. Es muss aber weitergehen. Brauchen wir Steine. Äh. Wie war das mal hier bei die Jugga? 100 Steine. Dreimal. Jugga. Ausgestoßene. Spielen ein Spiel ums Überleben. So sieht's aus. Jetzt geht's weiter. Ja, Fotzi Bärchen. So Umgebung checken kann auch immer hilfreich sein bei so einem Staudammbau. Weil Steine, hier liegen ohnehin Steine rum. Und die brauchen wir natürlich auch. Mittlerweile staut es sich schon so ein bisschen. Aber ich bin noch nicht zufrieden. Ob das was wird, das Experiment? Äh. Wahrscheinlich hier so. Das ist so. Ich bin so ein bisschen dieser erfolglose Wissenschaftler, ne? Dr. Emmett Brown hat nie was erfunden. Aber eines Tages erfinde ich den Fluchskompensator. So. Kann sogar den Kopf anstoßen. Naja, das lassen wir lieber. Später. Ja, Staudamm-Experiment abgebrochen. Mir ist gerade ein Ast auf den Kopf gefallen. Einfach so. Aua. Das war nicht so gut. Aber ich glaube, habt ihr den überhaupt noch gesehen? Wie er in der Entstehung war? Und was ich da gemacht habe? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall so ein bisschen gebaut im Wald. Ein bisschen Spaß gehabt, ne? Lange, lange nicht mehr gemacht. Ah, und jetzt. Ah, muss ich ins Krankenhaus. Ah, das war ein dicker Ast. Das tat weh, ey. Aua. Erster Mann für besondere Fälle und gefährliche Missionen. Schauplatzwechsel. Liebe Leute, ich glaube, ich habe meinen Laden gefunden. Die Bierothek. Ja, da muss man doch mal rein und mal gucken. Hier gibt es ganz viele Biere zur Auswahl. Und natürlich Sorten, die ich noch nie gehört habe. Mal gucken hier. Wir wollten das mal kurz einstreuen. Das muss man ja mal festgehalten haben, wenn es einen Laden gibt, der sich ausschließlich mit Bier beschäftigt. Ich suche... Der steht aber auch schon aus. Ja, ich... Oh, Schnaps auch. Nee, dann wollen wir nicht. Schnaps ist schlecht. Aber jetzt... Ich suche mal eins aus und gucken mal, was das so bringt. Der Backbone Splitter. Ja, das klingt schon ganz gut. Weiter mein Gehirn, Lärmsaft. Direkt aus der Biereothek, so hieß es doch wohl, war das dann so, die Regie kam auf die glorreiche Idee, jeder sucht dem anderen ein Bier aus. Mir wurde das Backbone Splitter ausgesucht mit 6,9% und ich bin nur nach der Verpackung gegangen und habe nur Rest in Peace gelesen. Ja, und das ist ein... Wie nennt sie das? Ein... Cool... Rest in Peace, Parley Wine, irgendwas... Da steht zu viel drauf. Mit 10,1%. Maßlosigkeit ist für dich keine Frage, sondern Lebenseinstellung. Maßlosigkeit ist... Mit beständiger Ignoranz trittst du der Missbrunst anderer gegenüber. Dem Vorwurf des Übermacht begegnest du mit gelassener Arroganz. In Völlerei lebst du deine unbändige Wollust aus. Dieses Elixier ist wie geschaffen für dich. Das Ende und der Anfang deiner Träume. Siehe an, siehe an. Der Anfang und das Ende deiner Träume. Tschüss. Ja, dann tschüss. Das ist total lecker. Hast du voll gut ausgesucht. Meins ist voll süß. Meins ist voll süß. Fühl mal. Fühl mal, ja. Nein, es ist wirklich Fühl mal, wenn du es trinkst. Du weißt, was ich meine. Fühl mal. Das schmeckt wie ein Dunkelbier, wo man Schnaps reingeschüttet hat. Boah, das schmeckt wie ein Dunkelbier, wo man Schnaps reingeschüttet hat. Boah, da wird einem auch richtig warm. So überall. Trinken Sie ein Bier mit? Wir sind die Penisspitze. Ja, bei mir auch. Boah. Gutes Verraten. Ähm. Ja. Also das schmeckt auch scheiße, aber weniger schlimm als das. Deswegen trinken wir jetzt erst das hier zusammen aus und dann das, weil das geht nicht anders. Ja. Wir haben jetzt 6,96 Euro dafür bezahlt. Der Preis dafür zu hoch. Ja, oh, Alter, das brennt voll im Hals. Ich sag ja, wie dunkelbier, wo man Schnaps reingeschüttet hat. Puh. Ja, muss man mögen, ey. Nee. Ich mag's auch nicht. Aber wir kriegen das jetzt auch so zu teuer. Wir haben Geld dafür bezahlt. So, jetzt zwängen wir uns das runter und dann... Boah. Und dann war das das letzte Video. Ja. Schauplatzwechsel. Ja, sind wir mal in Larriven. Koreanisches Barbecue, oder jetzt hier chinesisches Barbecue. Ich finde das sehr geil, dass man sich dann so selber zubereiten kann. Das Fleisch da drauflegen und sowas. Ich esse hier sehr gerne. Ist schon ein bisschen her, seitdem wir das letzte Mal da waren. Aber das ist sehr, sehr köstlich und sehr bekömmlich. Kann ich euch sehr empfehlen. Ist in Dortmund in der Nähe von Ids Records sogar. Also wenn ihr bei Ids Records seid, könnt ihr euch da nochmal glücklich tun. Finde ich sehr lecker. Yummy, yummy, yummy. Ihr seht ja auch die ganzen wunderbaren Zutaten, die es dazu gibt. Und man kann sich das hier schön selber zubereiten und auch noch eigene Soßen dann dazu machen. Ah, ist schon geil. Und dann haben wir gleich zwei Leckerwissen im Programm. So, zum Abschluss der ganzen Nummer gibt es hier nochmal Gaoyang. Reiss-Schnaps mit 62 Umdrehungen. 72 Prozent. Kannst du vorher dran riechen oder soll man einfach trinken? Reicht mir schon. Es riecht ein bisschen wie Feuerzeugbenzin. Egal. Jetzt war blöde Flüße. Echsen oder? Ja, sonst trinkt man nicht mehr. Ja, Echsen, sonst macht das ja keine. Oh, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab den Nacken. Ja. Okay, war einer meiner App, ja. Wenn du mal im Winter unterwegs bist, ne? Dann macht ihr das Ding aber ganz schnell die... Oh, die Füße warm. Richtig lecker. Hot. Das ist schon das zweite, zweite lukulische Erlebnis. Ich hätte hier gerne das eklige von das... Oh, das eklige Bier nochmal, ne? Ja. Das macht euch die Füße warm. Ja, ich auch. Tschüss jetzt. Wissen Sie, ich schäume direkt über vor Aufregung. Ja, hab ich auch lange nicht mehr gemacht. Hier einfach auf den Stufen am Hauptbahnhof sitzen und... Schönes Mixgetränk außer Dose. Was haben wir hier? Mojito, ne? Ja, dann mal Pingalingaling rein. Die Leute sind alle viel zu steif. Nur wenn sie was zum Saufen haben, dann sind sie top drauf. So, dann gibt's ja auch noch so ein Ding, ne? Normalerweise bin ich ja der Bierminister und trinke immer Bier. Heute ist so Alkopop-Tag. Ich hab den ganzen Tag schon Alkopops getrunken. Habt ihr aber eben gesehen. Was haben wir jetzt hier? Caipirinha. Caipirinha von Pitu. Ja, Pingalingaling. Ja, wie viel hat der jetzt gekostet? Zu viel, vier Euro. Huh, teuer von Alkopop. Der Preis dafür zu hoch. Aber, ja, der geht wirklich klar. Aber das ist auch abgehandelt. Sollte ich vielleicht auch mal hin. Hier, äh, Love Meite. Hier, äh, Lachen, Staunen, Hits. Und das ist die hier, die Die Happy Show. Äh, 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 äh. Hab ich's mir doch gedacht. Was bedeutet das? Nach der Show tut einem nichts mehr weh. Ja, jetzt habe ich meine lange, beschwerliche Reise mit der Regie, ja, äh, in den, äh, Burgsfau-Club geführt. Äh, so Regenbogenladen. Aber wir machen aber trotzdem mal auch Pingalingaling hier in der Ringeting. Wir machen ganz oft heute noch Pingalingaling, das fürchte ich. Ah, ja. Es ist wieder ein, äh, äh, ein guter Abend. Oh, meine Nerven. Ich halte es nicht mehr aus. Meine Nerven. Ja, eigentlich wollen wir eigentlich nur ein Absackerbierchen trinken. Ein Absackerbierchen. Äh, ja, wir sind jetzt bei Nummer 4 und noch, äh, diverse Schröpsel. Ha, ja, es muss ja weitergehen, ne? Pingalingaling. So ist das mit uns. Tschüsslich. Eieieieieiei. Gaube ist das Film-Footage. Hier geht's ab. Hier schön, äh, äh, Burgtabrück irgendwie einfach mal, äh, Pipi machen, ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was heute Abend noch passieren wird. Äh, man weiß nicht. Vielleicht werdet ihr das niemals sehen, aber es passiert trotzdem. Eieieiei. Übermenschliche Aufgaben warten auf ihn. So, der Abend ist jetzt vorbei. Und vielleicht sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt, saufen. Ha, die Frage kann man doch immer stellen. Geht es bei mir überhaupt noch ums Saufen? Öfter mal was anderes, ne? Heute geht's ins Planetarium nach Bochum. Oder in Bochum ist ja das Planetarium. Und da gehen wir heute mal hin. Schauen uns mal an, was das hier so zu bieten hat. Hier ist so eine schöne, riesen Kuppel, ne? Und da geht dann wieder der richtige heiße Scheiß ab. Hoffe ich. Irgendwie so... Vielleicht zeigt sie auch was von Star Wars. Also, meine Güte ist das voll. Eieieiei. Na ja, dann melden wir uns gleich wieder, ne? Die drei Weltraum-Experten geraten in Lebensgefahr. Es ist rappelvoll in der ganzen Bude, ne? Aber man sitzt zumindest bequem. Ich bin mal gespannt, ob ich einschlafe oder nicht. Weiß man nicht. Speisen und Getränke sind auf jeden Fall untersagt. Naja, warum kann man hier nicht noch ein Bierchen genießen? Das wär ja mal ne Sache, ne? Aber gut, ist halt Wissenschaft, ne? Sie alle werden jetzt auf der Stelle Zeuge eines Wunders der modernen Wissenschaft. Ja, wundervoll. Jetzt ist die Stunde vorbei. Reise durch den Kosmos. Ja gut, das ist jetzt nichts, was man nicht schon so allgemein bildungstechnisch wissen würde. Aber es ist ganz nett. Ich finde es viel interessanter, das als Sozialexperiment zu sehen. Weil mit den ganzen Leuten hier drin, in der heutigen Generation schaffen sie wenigsten, gerade Kinder schaffen es nicht mehr, eine Stunde lang einfach mal sich auf irgendwas zu konzentrieren und auf was einzulassen, ne? Einfach mal ruhig zu sein, das anzunehmen. Es muss dauernd gelabert werden. Es muss dauernd irgendein Scheiß gemacht werden. Neben uns ist jemand eingeschlafen, der hat fürchterlich geschnarcht. Das war... Ja, ach ja. Also, ne? Davon ab. Jetzt kommen wir mal zu den anderen Sachen. Gesprochen wird das Ganze von Petra Conradi, dem ein oder anderen vielleicht bekannt als Sprecherin oder deutsche Synchronstimme Scully aus Akte X. Das war sehr schön. Und generell war das von der Struktur her ziemlich cool. Aber erwartet nicht mehr als so Playstation 3 Grafik. Das ist nicht mehr der heutige Standard, was Grafik angeht. Das ist ein bisschen angestaubt und naja gut, das ist auch von einer deutschen Produktionsfirma muss man eh Abstriche machen. Wenn Industrial & Magic sowas jetzt gemacht hätte, dann würde das natürlich mal einen ganz anderen Wert kriegen. Nichtsdestotrotz, okay, kann man machen, muss man aber ehrlich gesagt nicht. In diesem Sinne, jetzt geht's weiter mit dem Programm. Also noch viel Spaß beim Zugucken, ne? Tschüss. Weiter geht's im Programm. Ja, ich will mal den Gastgebern danken hier, ne? Die kommen aus Überwald oder wo auch immer kommen die her und da köchelt so ein richtig geiler Eintopf überm Feuer, so mit Durchrühren und sowas. Wo das ist, das ist leider geheim. Ich wollte es euch nur noch mal erzählt haben, weil ich das sehr schön finde. Tschüss. Kleine Sache noch, ne? Und weil ich das mit dem Köcheln so geil finde, könnt ihr euch jetzt mal ein paar Sekunden dieses Köcheln in aller Ruhe angucken. Und das Feuer, genießt es einfach. Schauplatzwechsel. Was man nicht auf einem Spaziergang im Wald alles erdecken kann, wir sehen hier ein mindestens, ich würde jetzt sagen, 10.000 Jahre alten Bau, ja? Der bis heute überdauert hat, der selbst die Bombenangriffe des Zweiten Weltkriegs überdauert hat, hier im Wald, im Forst, ja? Wer hat da wohl gewohnt? Keine Ahnung. Die Regie wohnt da. Die Regie wohnt da? Ja. Ach so. Jetzt raus aus meinem Vorgang. Ja, okay, dann tschüss. Wo neue Verwicklungen und Abenteuer auf ihn warten. Ja, schönen guten Tag. Uiuiui, das hat schon ganz schön geknallt. Wir sind mal wieder in der Bibothek. Wir können hier einfach nicht dran vorbeigehen, weil hier gibt es so lustige Etiketten und lustige Biere. Was haben wir denn hier? Optimum Triple Ipa, ne? Hier so. Keine Ahnung. Ja! Läuft! Läuft! So. Sierra Nevada. Elf Prozent. Na, da wollen wir mal gucken rein damit, ne? Pingelingeling. Es ist wieder schnappsig im Abgang. Es ist wieder sehr, sehr, sehr schnappsig im Abgang. Aber nicht so schlimm wie das letzte Mal. Das sind weniger Pätsch. Das geht doch voll klar im Vergleich zum letzten Mal. Das geht voll klar im Vergleich zum letzten Mal. Weil letztes Mal hat das geschmeckt irgendwie, als wenn man da noch einen Korn reinmacht. Rip rest in piece. Genau. Ja, da wird man natürlich, ne? Als Metaller spricht einem dieses Kreuz an. Beides hinterher mit weniger Alkohol. Boah, das ist, das ist okay. Mach das andere mal auf. Ja bitte. Was haben wir da? Irgendwas, was ich nicht lesen kann. Okay. Kurzfassung ist. Auch da gucken wir mal. Auch das Etikett. Das trinke ich mal als erstes. Ja, genau. Achso, die Regie ist auch wieder hier am Start. Ja, los, teste mal. Ist süffig. Ist süffig? Ja. Ah, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist süffig. Kann man gut trinken. Weil das ist, äh, 4,6 hat das oder? Sicher. Ja, 4,6. Machen wir mal hier. Hier ist auch gerade noch so ein Beer-Tasting im vollen Gang. Geh mal Pingelingeling. Ach ne, das schmeckt mir. Das ist auch ein bisschen fruchtig. Ja, das hat gewonnen auf jeden Fall. Also das hat man sich ja nur geholt, weil da elf Prozent draufsteht. Naja. Wir werden diesen Fehler noch zehnmal machen. Ja, wir werden diesen Fehler noch, äh, keine Ahnung wie oft machen. Aber mit diesen Worten sagen wir Pingelingeling vom, äh, selbst auserkorenen Bier-Tasting hier in der Bierothek, in der Tiergalerie in Dortmund. Könnt ihr ja vielleicht mal vorbeigehen. Die haben ganz witzige Bierchen. Da werdet ihr bestimmt auch was finden und vielleicht auch ein bisschen besoffen, ne? Bis dahin, tschüss. Ja, da waren wir gerade in der Bierothek und, äh, da haben wir ein Bierchen getrunken. Aber auf einem Bier kann man ja nicht stehen. Deswegen habe ich jetzt hier nochmal Brauwerk Schacht 8. Und du hast? Äh, Odin-Trunk Honigbier. So, und den Odin-Trunk, den kennen wir schon. Ich will den nicht. Ja, den habe ich mal mit dem DSD verköstigt. Ich mache aber hier mal Brauwerk Schacht 8. Was hat er das hier für Umdrehungen? Ich glaube auch irgendwie. Ja, hier noch was. 5,9. Oh, okay. Oh, Export und du hast? 5,4. Okay, dann habe ich mehr, dann fang ich an. Klingelingeling. Boah, das schmeckt richtig schnappsig. Als wenn das so ein 12-prozentiges wäre. So, öh. Nein. Ich habe das schon als Richtige in der Hand. Das ist nicht lecker, also das finde ich nicht lecker. Ich habe das nur genommen. Schacht 8, ne? In Marl. Der Schacht 8, der bekannte. Ist dir das nie doch? Doch, ich finde das sehr schnappsig. Echt? Nö. Schon auch. Nö. Ah, Odin-Trunk kenne ich ja. Ja, ich nicht. Gib mal gas. Es ist ein bisschen dunkel. Ist ja jetzt auch Winter jetzt, ne? Ja, süß. Ja, aber nicht, nicht gut süß, sondern so. Nicht gut süß? Ist okay, aber ich würde es mir jetzt nicht noch mal kaufen. Ja, wir können auch nicht wie die Assis unter der Laterne stehen bleiben. Habt ihr das auch gesehen, jetzt geht es weiter, tschüss. Meine Damen und Herren, das Programm ist jetzt zu Ende. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht.